Hey Freunde, was geht ab? Heute wieder eine Street Fireworks Batterie und zwar die Mayhem 25 Schuss. Ist glaube mit Heuler versehen und verschiedenen Effekten, soweit ich weiß. Preislich waren wir hier bei 9,99 Euro. Sie hat eine NEM, wenn ich es finde. Moment, steht das hier irgendwo? Sieht so unübersichtlich aus. Ach hier unten. Irgendwas mit 12 Gramm, 200 Gramm. NEM 200 Gramm. Gut, haben wir gefunden. Also wie gesagt, 25 Schuss, 200 Gramm, 20 Millimeter. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal raus und schauen uns die Mayhem an von Street Fireworks. Bis gleich. So, jetzt kommen wir zur Mayhem 25 Schuss von Street Fireworks. Muss ja irgendwas mit Pfeifen sein, glaube ich. Oder irgendwas komisches. Na ja, es ging, würde ich mir überhaupt nicht. Also ich würde es mir jetzt nicht unbedingt wollen. Also Freunde, macht's gut. Mal, 10 Sekunden.